Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, warum reden wir eigentlich miteinander? Also jetzt nicht wir, Sie und ich, weil im Moment rede ja nur ich und Sie können nicht mitreden. Da kann von einem Miteinander nun wirklich nicht die Rede sein. Nein, ich meine diese Situation, in der mindestens zwei Menschen zusammen sitzen, stehen oder liegen und ein Gespräch führen. Warum machen die das? Jetzt werden sie sagen, na ist doch klar, weil sie sich etwas zu sagen haben. Eventuell hat jemand etwas ganz Besonderes erlebt und möchte es den anderen mitteilen. Oder er stellt den anderen eine Frage, auf die er selber keine Antwort findet. Oder aber er hat einfach nur ein größeres Problem, dass er sich mal von der Seele reden will. Auf jeden Fall geht es bei einem Gespräch zwischen Menschen immer darum, dass einer redet und sein Gegenüber hört zu. Und wenn einer ausgeredet hat, ist der andere dran. Man nennt es auch Gesprächskultur. Tja, und um genau die ist es hierzulande doch beängstigend schlecht bestellt. Da brauchen Sie nur eine der zahllosen Gesprächsrunden im Fernsehen einzuschalten, um zu hören, wie räudig der Hund ist, auf den die sogenannte Gesprächskultur gekommen ist. Kaum hat die jeweilige Gesprächsleitung die Gäste begrüßt und die erste Frage gestellt, nimmt das Elend seinen Lauf und alle reden gleichzeitig über, für und durcheinander, nur miteinander reden sie nicht. Und die Moderatoren lauern auf jede kleinste gemeinsame Atempause, um mit ein paar hilflosen Zwischenbemerkungen wenigstens den Eindruck zu erwecken, es handele sich um ein strukturiertes Gespräch. Und was da Abend für Abend in den TV-Quatschbuden an Unkultur zelebriert wird, das hat sich mittlerweile auf den ganz normalen Alltag übertragen. Quatsch as Quatsch can. Sie können ja mal einen Test machen. Setzen Sie sich mal heute Abend in einer Gaststätte Ihrer Wahl in eine gesellige Runde und dann sagen Sie so einen Satz wie Ich war gestern Abend im Kino. Da haben Sie noch gar nicht erzählt, welchen Film Sie da gesehen haben. Da werden Sie auch schon zugeschüttet mit den Kinobesucherzählungen sämtlicher Anwesenden. Motto, der eigene Film ist immer noch der interessanteste. Besonders bitter wird diese kommunikative Ignoranz, wenn Sie ein echtes Problem haben, wie zum Beispiel einen akuten Bandscheibenvorfall. Das Schlimmste, was Sie in diesem grässlichen Fall tun können, ist, irgendjemandem davon zu erzählen. Weil der hatte garantiert vor Jahren mal das gleiche Problem. Und seine Mutter auch und der Bruder seines Tennispartners sowieso. Die sind dann erst von Homöopath zu Osteopath, der dann mit Akupunktur und Massage und das hat alles nichts genützt, aber auf keinen Fall operieren. Tja, und Sie stehen da, der Höllenschmerz bringt Sie schier um den Verstand und Sie wollen doch nur eins, dass Ihnen einfach mal jemand zuhört. Aber wer will das nicht? Und genau das ist das Problem.